Ich habe dann den Wettkampf mit 36 Punkten Vorsprung gewonnen. Jo. Ich habe meinen Vorsprung mehr als verdreifacht. Der Sprung war aber auch der beste Sprung, den ich in meinem Leben bislang gemacht habe. Okay. Und das war richtig geil. Den Schrei, den ich da unten rausschmeiß. Ich kann das Video vielleicht schicken, vielleicht kannst du es auch noch einspielen. Ich glaube, ich kenne das Video. Ja! Yes! Ich schrei da unten rum, wie als würde ich gerade abgestochen werden. Ich raste da unten richtig aus. Es war so ein geiles Gefühl. Ja, das glaube ich. Das ist auch so unbeschreiblich. Du kannst ja keinem erklären, wie fühlt es sich an, 145 Meter zu springen oder 48. Da kann ja keiner was mit anfangen.